Wir backern das gemeinsam, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Wir schaffen das, klingt auch so ähnlich. Alles geht in eine Richtung, alles geht nur mehr um Panikmache, um Angstmache. Kein positiver Gedanke dringt mehr durch, sondern nur mehr Lockdown, Ausgangssperren, Einschränken, Masken tragen, die nicht schützen. Und überall wird viel Geld eingesetzt und Werbung, um das Ganze noch mehr zu eskalieren zu lassen. Nun gibt sich sogar schon die Bäckerei-Innung her für diesen Wahnsinn. Naja, sie müssen ja wohl, weil sie vielleicht Angst haben, dass man die Bäckereien auch noch zumacht. Und wir an Hunger sterben und nicht an Corona. Na, sieh mal auf die Tüte Rückseite, was für ein Schmarrn. Was für ein Schmarrn hier propagiert wird. Propaganda über alles. Finanziert vom Steuerzahler das Bundesministerium für Gesundheit. Wie lang soll dieser Wahnsinn noch weitergehen? Denkt mal nach, Leute. Die Ground utilis Pierre Die Dörferung setzen. Die Dörferung Sekunde. Die Dörferung setzen. Die Dörferung setzen. Oh Gott, diese Dörferung salvięcy. In Fferung setzen. Die Dörferung setzen. Die Dörferungでは nur diese Dörferung treffen. Vielen Dank.